Alter. Wollen die echt, dass du hier die ganze Zeit hin und her springst? Ist mir egal, mach ich nämlich nicht. Ich geh mal nicht davon aus, dass die das wollen. Oh, und ich fall wieder runter. Oh, klar komm, ich fall wieder runter. Oh, das ist jetzt nicht mal ein richtiger Checkpoint. Alter, hier ist sogar kein Checkpoint. Ja, dann mach das halt weiter. Mann, das ist bitter. Keine Sache, ich dumpe auch noch hier hinten rum. Die Sache ist die, die Sprünge sind gar nicht schwer. Das ist nur immer dieses Failen. Wenn du halt so einen Flüchtigkeitsfehler machst, dann musst du halt direkt wieder neu anfangen. Weil du... Ach, da sprintest du zum Beispiel mal nicht und dann bist du direkt wieder am Start. Kann mir nicht passieren. Ich mach mit Steuerung. Das ist mir zu kompliziert. Oh, der ist harter Sprung. Oh, scheiße. Cheezy. 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 Meine Mom ist cheesy. Im Schritt. Uh, hat er rausgehauen. Oh ja, das findest du geil, ne? Ja. Oh. Uh. 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 So richtig... Mittel... äh, nicht Mittelalter. Ja, mäßig. Ja, Mittelalter haben die sich immer so unterhalten. Herr König, der Bote hat eine Mitteilung für Sie. Nein, Käse gibt's ersten Mittag. Okay, bin wieder bei diesem nicht-checkpointigen Checkpoint. Puh, war ich noch gar nicht. Puh. Nein, und dann bin ich auch untergelaufen. Nein! Ein Glück habe ich Nachbarn, die mich für verrückt halten. Ja, hast du gut hingekriegt. Mhm. Also ich glaube, dass sie mich für verrückt halten. Also ich hoffe, die halten mich für verrückt. Bei den Broschen, die ich mache. Wenn das für die normal ist, dann halte ich die als verrückt. Ja, ist doch vollkommen logisch. Ah, jetzt bist du bei dem Checkpoint. Ich bin sogar schon dahinter. Hier. Ah, das ist sogar dämlich. Ah, der fucking letzte Sprung. Der scheiß letzte Sprung. Gucken, wie das so aussieht. Okay. Ach, der scheiß letzte Sprung, Alter. Echt jetzt der letzte? Ja. Das ist bitter, oder? Ich bin die alle in einem durchgesprungen und ich bin über den letzten einfach drüber, über den letzten Block. Oh, das hat gelegt. Jo. Hm. Das ist nicht meine Schuld, das hat gelegt. Oh. Ah, danke. Man hat echt so das Gefühl, als würde man hier über Käse springen, ne? Ja. Ah, okay. Und er sprennt hat er nicht. Weil ich zu langsam Doppelweg gedrückt habe. Bei dir doch immer. So richtig aus der Hose raus. Oh. Welche Farbe? Grün. Okay. Der einzige, der nicht in Frage kommt. Klar, wenn du schlecht gegessen hast. Dann kommt die aber nicht aus der Hose, dann kommt die von oben. Hä? Ah, schisch. Wenn du so richtig viel, keine Ahnung, Grün-Zeugs gefressen hast. Guacamole. Guacamole, oh, mhm. Genau. Und die geht einem so in einem durch, weißt du? Ach so. Die ändert Farbe und Konsequenz. Äh, Konsequenz. Äh, Farbe und Konsistenz nicht. Ja. Und die Konsequenz auch nicht. Okay, ich werde langsam unkonzentriert. Oh Mann, das war ein fucking Einderspruch. Wie kann ich den verkacken? Sag mal. Ach so, okay. Ja, okay, jetzt verstehe ich's. Also, gibt's Sinn. Ah. Ich hab den auch gerade verkackt. Hm, wie macht der Zug? So. Ja, nein. Ja, nein. Mach mal einen Abgang. Au. Selber einen Abgang, aber schisch. Oder wir beide machen einen Abgang. Ich hab nichts gesehen. Okay, dann mach ich die halt einzeln, wenn ich da nicht in einem durch kann. Ich bin der... Immer mit die Ruhe. So. 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 So, Zwischencheck. So. Da. Nicht richtiger Checkpoint. Ja. Genau. So. Genau, der. Ja. Warum schaff ich... Schaff ich... Schaff ich... Schaff ich... Schaff ich... Den Sprung nicht. Alles klar. Das wollte ich auch gerade sagen. So, hab ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Ich hab gesagt, warum schaff ich den letzten Sprung nicht. Ich hab's geschafft. Erster Versuch. Äh... Wir dürfen nicht den Game Mode wechseln. Ich will dir zugucken. Das ist erlaubt. Ja, aber es stand halt in den Map-Vorschriften. Ja, ich mach... Weißt du denn überhaupt in welchem Game Mode du warst? Ja. Ja. Und zwar? Äh... Zwei. Ist doch logisch. So, den Sprung verkacke ich irgendwie immer. Da geht's sogar noch runter. Das sollte nicht allzu schwer sein. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ist das ein Vierer? Nein. Das ist ein Dreier. Ah. Wuppshit. War das mein letzter oder hab ich noch einen? Das ist jetzt mein letzter, ne? Ähm, ja. Glaub schon. So, eigentlich bin ich im richtigen. Rübergesprungen. Alles klar. Mach den Checkpoint auf. Oder... Ne, das war gar nicht Checkpoint, ne? Das war schon durch, oder? Ja, hier kommt noch der Button. Achso, ja. Mach mal den Checkpoint auf. Ja, ja. Bin unterwegs. Weh. Ich probier schon mal den Button, oder? Tu das. Hab ihn. Jo, hau mich. Mach ich. So, und jetzt? Wahrscheinlich nach oben irgendwie, oder? Uh, wir sind jetzt die Dinger aufgegangen. Oh. Jo, erstmal runterfallen. Läuft. Oben. So, Jump Boost. Rage. Oh Gott. Speed. Und... Und nochmal runterfallen. Timed. Wofür bist du? Ähm. Lass mal mit Jump Boost anfangen und dann Rage und sowas, ne? Kommst du? Ja. Denn das ist nicht so eine Sache, ne? Du willst es gar nicht, ne? Nee. Sonst lechner dich schon lange da. So, Jump Boost. Okay, Jump Boost. Jump Boost. Ah, Return to Up. No, seriously. So. Back to Top. Ich bin gestorben übrigens. Du musst, wenn du, wenn du hier ankommst, musst du... diese Schriftrücken... Ich bin einfach beim wieder hochgehen, wenn ich hier in die Decke... Gegen welche Decke? Ah, ich bin in die Lava gefallen. Ist ja so ein schöner Raum, den kann man sich ergeben. Ja. Ich wollte erst mal was saufen, ey. Ich glaube, man hört auf zu bouncen, wenn man Shift drückt, aber wirklich direkt. Oh. 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 Ja, dann... Du musst, wenn du... Ja, jetzt... Ja, ja, ja. Halt deine Nudel. Halt deine Nudel. Halt deine Nudel. Ja, jetzt... Ja, super, Fabian. Hast du das Gute gekriegt. Woo! Oh. Hey. Lol. Hey. Alter, wie man einfach immer einen Doppel-Jump direkt macht, manchmal, ne? Nein, ich wollte noch gar nicht hoch. So, jetzt... So. 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 Jetzt muss ich den blöden Knopf treffen. Hab den Knopf. Ausgang. Yay. Ja, und jetzt? Musst du runterkommen, ohne zu sterben. Oh. Oh, ist ja easy, ne? Oh, nee. Das war, glaub ich, schon oben. Das ist Level 2. So, jetzt wird Level 2 aktiviert. Oh. Lol, das ist nicht so einfach. Ja, voll easy. Upsala. Upsala. Ja, voll easy, ne? Ja, ich bin wieder runtergelaufen. voll easy, ne? Voll easy, ne? Woah. Woah. Hä? Was, hä? Hier ist mich nicht gestorben. Ich bin in einem runtergefallen. Nice. Lol. Ich bin in einem runtergefallen. Sheesh. Der ist nicht. Der ist es. Den nehme ich mir jetzt. Und ich komm nicht rein. Sehr nice. Oh, das ist quasi das gleiche wie eben, nur mit einer Blöcken. Oh, scheiße. Oh, ist das asozial. Alter, ist das asozial. Bullshit. Ich glaube, ich habe eine Taktik, wie es einfacher ist. Ja. Ist ja schön, dass du eine schöne Taktik hast. Aber, ich bin schon oben. Ach, du bist oben? Wo bist du? Was hast du gesagt? Unten. Wo unten? Ganz unten. Oh, nice job! Ganz unten. Wie war das mit Karma is a bitch? Ja. Allerdings. Hast du drei Versuche, habe ich gehört? Eigentlich? Zähl du mal mit. Ich vertraue dir. Ne, dieser Versuch, den habe ich schon angefangen, bevor du oben warst. Ich habe den Knopf gedrückt übrigens. Na ja, ich bin doch hier oben. Ach, kacke. Warum leuchtet denn hier sowas? Fub, 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 fub. Katjes! Nein! Okay, jetzt war der Versuch. Warte, ich guck dir mal zu mit Zoom. Verdammt. Da wurstelt der Kleine rum. Süß. Halt dann mal rum. So. Wo bist du jetzt hin? Ich bin unten. Wieso bist du unten? Weil es hier weiter geht. Muss man runter? Wieso geht denn hier oben eine Tür auf? Hier unten geht es weiter. Eigentlich muss man auch immer wieder runter. Ja, genau! Ist ein Witz. Alter! Junge! Das ist mal ein heftiger... OOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHH! Jump Boost. Oah, Alter, da fällt mir ja komplett wieder runter. Boah, leckt mich im Arsch. Du kleine Nudel. Du kleine scheiß... Nudel. Mann! Deine Hohmannson. Oah, das gibt's nicht. Zier dich. Ah, uh. Nein, Mama! Also wo muss man jetzt hin? Dahin? Ja, genau! Wo hast du denn grade versucht hinzuspringen? Zum Block, wo wir rauf müssen. Ich glaube nicht, dass wir da rauf müssen. Du denkst, wo wir rauf müssen? Ich glaube nicht, dass wir da rauf müssen. Ich glaube, dass wir da rauf müssen, wo ich denke, wo wir raus müssen, wo du nicht glaubst, wo ich denke, wo ich rauf muss. Schaffen wir das von der Höherhöhe überhaupt? Ja, knapp. Ist der Block höher als dieser hier? Ja, der ist ein Höher. Nehme ich doch wohl mal den da, wa? Welcher ist höher? Was? Wer? Wie? Wo? Was? Was? Ovi? Blau, wie bist du da rauf gekommen? Ich bin von der anderen Seite gesprungen. Wie jetzt? Auf dem Block hier? Ja, und dann auf den da drüben gegenüber von mir und dann auf diesen hier. Achso, und dann auf den da? So, und von hier aus bist du wohin? Von da aus, wo bist denn du jetzt? Achso, von da aus bin ich hoch auf den über dir, links oder rechts, das ist mir, glaube ich, egal. Sicher? Hast du Anruf genommen? Ein bisschen. Aber, ja. Ja, so ungefähr. Nur, dass man nur noch trifft. Nur, nur richtig. Ui. Alter. Ab den, ab den Button. Oh Mann! Warum nicht? Also, scheiße. Achja, denn drei Versuche sind übrigens, glaube ich, bald um. So, wie viele habe ich jetzt noch? Eins nicht. Zwei. Ab! Von hier aus dann hoch, oder was? Mhm. Warte, warte, warte. Ach, kacke. Das ist übel. So, letzter. Nee, zuerst zu dem. Und der blaue ist übrigens kürzer gewesen, ne? Also der andere. Welcher blaue? Achso, der auf der anderen Seite. Oh, ich bin dagegen gesprungen. Okay, das war's. Okay, ich komme runter. Auf deinem Niveau. Ja! Genau! Guck mal hoch! Alter! Oh Gott, wenn man einmal aus dem Doppelsprung macht, ne? Doppelsprung? Das ist so easy. Uuuup! Oh, okay. So easy ist es auch wieder nicht. Ach, da ist der Knopf! Sheesh. Da ist das, das ist der! Hab den Knopf. Leck mich im Arsch, Alter. Ja, ich muss noch hoch, Alter. Oder ist der Knopf hier unten dran, ne? Hä? Ich hab keinen, ich hab keinen Sprungboost mehr. Hier unten auf die Platte. Muss du dann. Eine bestimmte Zeit? Boah, und übrigens, da oben geht's dann auch weiter, ne? Und nicht unten, wie sonst. Guck mal, da ist, glaub ich, ein Loch in der Wand. Oh, ich hab's geschafft. Dagger. Ich hab's geschafft. Ach, ne, warte. Das ist... Das war das Level von eben. Ich glaub, das war das letzte. Oder? Ist man wieder ganz zurück jetzt? Ne, ich glaub... Warte mal, ich bin mir nicht sicher. Hey, wo ist denn jetzt der Button? Ganz oben, guck hoch. Letzter Sprung und dann nach oben gucken. Hä, wo ist der denn? Ich seh den nicht. An der Decke! Wo du jetzt gerade nach oben guckst. Da ist aber kein Button dran. Ja, weil ich den gerade kaputt gemacht hab. Weil ich den schon getroffen hab. Der geht dann kaputt? Okay. Okay, ne, das war's. Das war der letzte. Also, hast du's geschafft. Alles klar. Oh Gott! Das sind übrigens die WLAN-Balken, ne? Ich weiß. Nee, hier ist ein Ding ins Back to the Top. Aber egal, spring ruhig. Hallo! How are you down there? Nix. Jo, und jetzt kommt er auch. Pussy. Deine Mom ist ein Pussy. Ah, es leuchtet. Das heißt, wir haben's... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir das aktiviert haben. Aber... Oha, guck mal. Es wird dann noch weiter hochgehen. Ah. Okay, Rage. Oh Gott. Oh, nee. Ja, Agen. Ich hab das Verlangen, Gewichte aus meiner Maus rauszunehmen, oder? Oder so? Nee, die... Ich hab den zweiten Sprung nicht. Ich schaff den zweiten Sprung nicht. So, vielleicht ganz an die Kante. Und dann... The fuck? Hä? Hä? Du läufst einfach am Rand lang, ne? Ja. The fuck? What? Alter, wie weit hoch soll das jetzt denn noch gehen? Warte! Auf mich! Ähm... Na ja... Nee. Boah, Alter. Mann! Oh! Alter, das ist ja mal hart, Asi. Das ist grad... frustrierend. Okay, ich bin jetzt, äh... Oben. Ich weiß nicht, ist das hier ein Checkpoint, oder ist das keiner? Nein. Doch, das ist einer. Warte hier auf dich. So nett, wie ich bin. Komm schon, den... Der... Der ist nicht machbar. Der geht nicht. Ich bin doch auch durchgekommen. Ich hab ne Idee. Ne? Mit Steuerung geht's auch nicht. Ne, mit Steuerung bin ich total verwirrt. Ich krieg gleich einen Krampel in meiner Hand. Der ist... Nicht machbar. Mal gucken, wenn ich... Rechtsrum? Vielleicht ist das nur so ein psychologisches Ding, dass ich linksrum ist, nicht schaffe. Ah, vielleicht... Vielleicht durchrennen. Wat? Ich glaub, das hätt ich geschafft. Nun bin ich dran vorbei. Ähm... Du schaffst das. Nein! Das geht nicht. Vor allem bin ich gleich tot. Das ist doch eine unsichtbare Wand. Ich muss jetzt runterkommen zu dir extra. Mann, 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 ey. Ich bin gestorben. Ey, der ist nicht machbar. Ich mach das jetzt nochmal mit dir mit. Bär nicht so. Wahrscheinlich, wenn man den einmal geschafft hat, ist er einfach. So. Jetzt stellt es sich einfach hier ganz hinten rechts an die... in die Ecke. Ja. So, mit Schiff. Dann ist das Schiff los und springt es dann einfach drauf. Ganz einfach. So. Hinten in die... In die Ecke mit Schiff. Dann Schiff loslassen. Und einfach... Du kannst doch bis... den ganzen Block nutzen, ne? Ist dir klar. Ja, guck. Oh, ich hab viel zu früh springen gedrückt. Ah. Du musst den Block nutzen. Ja! Ich drück nur zu früh. Okay, Nippel sind ja... leichtes. Der Rest ist easy. Und hier kann man ja nicht verkacken. Ja. Geht schon wieder nach oben, ne? Ich hab ja schon gemacht. Oh. Springen sollte man. Nichtspringen. Oh. Ich bin nicht wieder ganz unten. Nein. Genau. Obwohl wir eine andere Seite. Da geht es bestimmt besser. Ich hab doch hier angefangen auch gerade. Spann mal dagegen die Decke. Vielleicht. Vielleicht. Ich bin jetzt nur... Äh, 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 äh. Äh, äh. Guck dir meine kleinen Eier an. Äh. Wir sind niedlich. Ja, Farad. Echt niedliche Eier. Du hast so gerecht. Leck mich im Arsch. Äh. Ich bin aber auch scheiße. Meine Hand wird schon ganz sweaty. Äh. Äh. Boah, echt jetzt. Äh. 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 Ich will die unten mal offen lassen, ne? Damit wenn du runterfällst. Äh. Und wenn nicht das passiert. Wie, wie willst du die unten... Wie willst du die offen lassen, wenn du... Ja, du musst die zwar zumachen, aber dann kannst du die wieder aufmachen. Ich bin so demotiviert. So meinst du das doch, ne? Genau. So. So. Doch. So. Oh yeah. motherfucker. So. So. die wir waren offen ich habe mich anscheinend offen gelassen das finde ich ja super sweet oh einsprung dann habe ich es geschafft